Hallo liebe Freunde und Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Islander. Wir werden es demnächst sicherlich fertig gespielt haben. So viele Parts wird es dazu nicht geben. Huch, habe ich rechts hier gerade gedrückt. Weil das Spiel, ich meine, wir sind schon auf Stufe 8, Stufe 20 ist Maximum. Wildsch, was Schwein und Wasserkanal. Na dann geht es auch zum Schweinegehege. Passen hier zwei hin? Ja, ne, passen leider nicht zwei hin. Da auch nicht. Oh, ist aber sehr, sehr groß. Hm, was ist das hier? Wir sind ein Wasserkanal. Oh, es geht noch weiter. Okay, erstmal die Schweine. Hier unten ein riesiges Gehege. So, sechs Schweine. Leider kann ich aus dem Links anscheinend kein Land machen, ne? Wir könnten es ein Stück nach rechts und links setzen. Und da dann vielleicht einen Weg durchführen lassen. Mhm. So, wir brauchen mehr Kokosnusserwein. Ich glaube, die sind ein bisschen überfordert. Oder ein Papagei. Weiß nicht, ob die Schweine schon fertig sind? Oder ob aus dem Fleisch erst was... Ne, ich glaube, das ist schon fertig, ne? Ich glaube, die haben aber nur keinen Bock dahinter zu gehen. Ne, dann mach du mal was. Brauche ich Wege dafür vielleicht hin? Kann ja auch sein. Wollten wir eh machen. Aber die sind zu faul, da unterzufahren. Ist ja doof. Warum? Finde ich ja nicht in Ordnung von euch. Ihr habt doch noch gar nicht genug zu tun. Wollt ihr noch ein paar mehr davon? Und am besten hier unten hin. Hier. Die Schweine... Ich kann nicht selber abwehren. 500 Gold bringen die mir. Das wäre schon ganz praktisch. Wenn ihr das machen würdet, ihr faulen Säcke. Schließlich geht das dann relativ schnell, wa? Die essen und dann ist auf einmal Fleisch. Hm. Wer kennt es nicht, ne? So ist es halt im echten Leben. Das ist ja doof, dass die Kokosnussen nur da oben sind. Nur da oben rumgammeln. Wenn ich das hier unten alles alleine machen muss. Das gefällt mir überhaupt nicht. Das gefällt mir überhaupt nicht. Na ja. Die müssen sich dann irgendwie dann auch da rum tummeln. Erstmal machen wir den Rest weg. Dann ist unsere Insel schön sauber. Das Wasser stört noch. So, holt ihr uns mal das Schweinzeug ab? Danke sehr. Hat aber gedauert, ey. Meine Güte. Bis ihr realisiert habt, dass da was ist. Papagei. Das hat bei euch echt lang gedauert. Aber jetzt sehen sie zumindest, nehmen sie es wieder mit. So, wir sind bei mal fünf. Kann man hier was raussetzen? Nö. Was war hier? Da kann ich aber nur Wasser drauf machen. Das ist ja behindert. Gib mir mal Land. Das heißt, ich kann Land zu Wasser machen, aber nicht mehr Wasser zu Land. Oder kann ich das kaputt machen? Ah, okay. Kann ich. Aber ich kann das Wasser leider nicht kaputt machen. Wassermelonen und gefließter Pfad. Dann werden die Wassermelonen mal hier hinten weitergesetzt. Ah, haben wir ja nicht weiter gemacht, weil zu teuer. Bringt mir 60. Das heißt, 12 Grundwert. Natürlich 5. Machen wir das dann, ja. Schön, Helikopter. Wir haben noch 27.000 Gold. Kann man ein bisschen Melone setzen. Können wir nicht, weil sie jetzt 32.000 kosten. Dann warten wir jetzt auf das nächste. Schweine kostet 12.800. Das geht. Jetzt machen wir noch eins. Das ist ja kein Thema. Eier bringen ja nur noch 100. Das ist ja nicht so viel. Oh, 250. Okay, jetzt findest du auch noch eine Menge. Also, wenn ich alles abgeahnt habe, kommen keine Seelsteine mehr. Das ist doch einfach für mich wahrscheinlich. Gefließter Pfad. Bringt mir leider auch nur eine Deko. Wir können ja einen anderen Pfad, ja. Ja, ja, ja. Können wir hier einen Pfad lang machen. Sieht voll kacke aus, finde ich. Ist okay. Na, mal schauen. Wir sind ja gleich Level 10. Sollte nicht allzu lange dauern. Hm, wir haben noch eine kleine Insel. Was macht man denn da? Ich kann noch ein bisschen Rotodendron bauen. Fehlt noch ein bisschen was hier, überall. Oh, jetzt ist es wieder zurückgegangen. Okay. Man muss die Deko also behalten, sonst, äh, verschwindet das. Ahem, mal 6. 300 Goldbuben, ein Zitronenbaum. Na, für wir 10 gibt es einen neuen Bärenbosch. Einen neuen Busch. Und, neue Dekoration. Und, neue Deko. 92.000 Warne könnte ich für die Melone basteln. 72 bringt die. Blub, blub, blub. Ein Seestern, sehe ich da, 540. Ich glaube, die Fische kriegt man nicht geklickt, na. Oh, doch. Lol. 720 Gold. Ist natürlich auch nicht mehr wirklich was, na. Ich bin sehr, sehr weit weg, weil wahrscheinlich hier überall nichts gebaut ist. Sind die da eher woanders. Alles klar, aber jetzt kriegen wir ja hin. Aber nicht damit, nicht mit den großen Gehegen, mit etwas anderem, dann werden wir irgendwie das da hinsetzen. Sieh, Sternele. Warten wir mal bis 10, bis wir die nächsten Gebäude bauen können. Solange werden wir auch einmal ein bisschen Fisch angeln. Da sieht ein Papagei schon wieder. Der eingesammelt werden möchte. Ein paar Sekunden noch bis wir jetzt sehen. Easy going. 600 Gold, mit mir das Fleisch von den Schweinen. Kann ich noch ein Schweinegehege bauen? 25, 600. Easy going. Mach ich. Der eine kreist dann nur weiter drum, doof drumherum und tut nichts. Trauben und Lotus. Wir werden jetzt gesamte, gesamte Gebiet hier alles vollbauen. 19.100 brauchen wir jetzt dafür. Was haben wir noch bekommen? Lotus, oder? Ach, auch wieder zwei Plätze. Warum denn? Ich werde dann die kleinen Deko-Kramdinger abbauen müssen später, um dann die neuen aufzubauen. Die bessere, mehr Deko-Punkte bringen. Die bringen mir wie viel? Vier Deko-Punkte. So, Zitronenbäume, wobei ich eigentlich für 11 die nächsten Bäume kriege. Oh, die Trauben gemacht. Hier waren sie. Das war schon ziemlich. Okay, schauen wir uns noch mal ganz die Achievements nochmal an. Achso. Ein Konglomerat. Bauen die uns ganz... Okay, wir haben auf jeden Fall die Mission, die ganz komischen Fische zu fangen und alles. 980. Ah, ich weiß schon wieder einen. Hier ist einer. Gehört auch zu den Achievements. Pflanzen sie insgesamt 100 Getreide. Na, das machen wir doch. Wir machen jetzt Step for Step jetzt, äh... die restlichen Achievements. Klingt jetzt so, als ob das Spiel gleich zu Ende ist, aber nein. Wir bauen sie nur nach und nach schon mal ab an. Ah, das ist ja alles super müllig hier gebaut. 23.000. Was fehlen noch? Pflanzen, wir haben jetzt noch 100 Getreide. Okay. 76 immer noch von 100. Oh, das ist aber nur Weizen. Okay, das ist Weizen. Getreide ist grundsätzlich das alles. Pflanzen sind 250 Sträucher, Bäume. Kaufen sie es ja 25 Tiere, das heißt, die Gehege bauen, na? Das muss man machen. Fisch, Fisch. 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 Na, verdammt ist er weg. Seestern. Noch ein Fisch. Eingesackt. In Sack und Tüten ist das Ding. 67.000 Gold ist natürlich nicht so viel. Es geht schnell verloren, wenn man hier einfach mal so was für 50.000 baut. Jetzt bin die eigentlich 84, 20.000. Und das ist ja auch schon eine ganze Menge. Ratter, 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 ratter. Teuer, teuer, teuer. Palmen könnte ich noch bauen. Und gleich sind wir Level 11. Sondern Fisch. Fangen sie insgesamt 100 Papageien, fangen sie insgesamt 100 Fische, fangen sie insgesamt 100 Seesterne. Kaufen sie insgesamt 200 Kokosnuss-Roboter. Na, das ist doch kein Problem. Die Seesterne können Probleme haben, aber die kommen super selten, finde ich. Oh, wo ist wieder ein Fisch gespawnt. Hat er sich blub blub gemacht, oder? Oder auch nicht. Alles Papagei. Hat man auch gehört. Orangenbäume und eine Hecke kann ich bauen. Oh, Bäumchen. Na, kommt her. 108 nur. Sie geben mir 525 Gold. Waldland, Pflanzen ist dann 25 Gebäude, äh, Bäume wird das gewesen sein. Machen wir die zweite Insel auch noch, ne? Die so abgelehne Insel ist okay. Können wir hier für die Bäume, Bäumchen benutzen. So. Gut, Leute, dann haben wir da wieder elf geworden sind. Würde ich sagen, an der Stelle mal eine kurze Pause. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von The Islander. Und bis dahin. Ciao, ciao.